Bei meiner neuen Brille sind die Bügel zurück, da fangen die ganz mehr runter, das ist kein Problem hier. Oh, da ist eine Mücke! Wow! Fantastic! Scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Ich guck mal nach links, ist das toll! Oh, Wasser! Wasser! Ab geht's! Schöner Ertanke! Was für weich ist das! Butterweich! Würdest du nie drauf kommen, dass das Vekoma ist! Genial! Ja, ich als Fachmann... Das ist doch nicht von Vekoma! Super! Klasse! Wir wechseln ja mal, oder? Ja! Ja! Ich bin auf der anderen Seite... Schöner Ertanke! Hahaha Richtig, richtig gut Ja, verdient ausgezeichnet, würde ich mal sagen Ja Richtig, richtig gut Vielen Dank für's Zuschauen.